Hallo meine lieben Freunde Willkommen zurück zu The Legend of Zelda The Wind Waker im letzten Part sind wir ja nach Hause gefahren wir sind wieder auf unserer Heimatdienst Leute ich habe keine Ahnung wie die heißt Präludien Präludien das stimmt sogar wow cool bin ich gut ja und jetzt wollen wir natürlich das erste was wir sofort machen wenn man besoffen wieder nach Hause kommt dann geht erstmal der Oma Bescheid sagen dass man wieder da ist ne ist jetzt und das machen wir jetzt die wird sich bestimmt freuen dass ich wieder zu Hause bin ich denke nicht ich bin wieder daheim wo es meine Oma da ist meine Oma hi oh weh link er will bitte du darfst nicht fortgehen dass deine Großmutter nicht allein ich glaube sie ist habe ich schon blöd im Kopf ich bin doch hier ich weiß dass sie fort ist ich will sie doch wiederholen was ist mit ihr los ist sie auf drogen ich wäre jetzt gerne auf drogen nein spaß leute spaß keine macht den drogen leute so ja meine Oma ist irgendwie ein bisschen durch im Kopf was mache ich jetzt die ist blöd und das mit dem nach haus war doch keine so gute idee meine Oma ist ein bisschen demenz bist du bereit wenn du bereit bist lass uns zur rückseite der Insel fahren und die Höhle suchen in der Yabu sich versteckt halten soll ich bin bereit der Eingang der Höhle in der Yabu sich versteckt soll von einer großen Steinplatte versperrt sein weil wir nahe genug sind solltest du den Gegenstand benutzen den du von den Piraten halten hast ja ja ich gehe jetzt an Bord Leute wir machen das jetzt der Eingang setzen und dann fahren wir einmal um die Insel rum aus beige so gucken wir uns mal hier um großen Stein versperrt den Weg hier sehe ich überall noch nichts Hilfe ich bin in einem Strudel ich bin in einem Strudel ich bin in einem Strudel geht doch kaputt äh, ich hab nicht mehr so viele Mompen soll ich vielleicht erst das Oben treffen? wollen die mir das damit sagen? aber ich bin im Strudel jetzt jawoll ok, ich hätte erst das Oben treffen sollen alright oh, war knapper, knapper, knapp und da trifft er nicht oh Gott oh Gott oh nein, jetzt kommt das Boot auch noch jawoll, nur noch ein Teil, nur noch ein Teil, Leute dann haben wir es geschafft okay, dass er das Boot dreht ab, das ist gut oh jetzt ist es besser, ne? jawoll jetzt haben wir aber ein Problem ah, der Strudel geht weg ja Mensch ist ja easy dann sind wir drin hmmm in der Tat, viel Zeit ist seither verflossen ich bin von größter Freude ergriffen, euch wohl aufzusehen hmmm ja, Gönnen scheint wieder auferstanden zu sein hmmm, hmmm, hmmm nein, die Dinge liegen leider anders hmmm, hmmm der Junge, den ich zu euch führe, hat nichts mit den Legenden zu tun aber in seinem Mut sehe ich viel Hoffnung, Potenzial und einen Schimmer der Hoffnung hmmm, hmmm, hmmm jawohl hmmm, hmmm, hmmm hmmm, hmmm hmmm war ja easy ich musste ich mal Dungeon machen du hast Nine Westbeam erhalten du hast ihn von Jabu, dem Hüter des Wassers, überreicht bekommen aber auch diese unheilvoll regen und die fortwährende nacht also tatsächlich ein fluch kann es wird also schon damit begonnen unsere welt in die finsterliste zu stürzen wir sehen uns brau und dann verstehe ich dich auch bitte mal ins fluch wurde durch die kraft des demon die du von der woher halten hast aufgehoben weil du willst dich wohl die nacht wieder zum morgen wandeln du bist nun mehr im besitz aller die münden link ich habe die heiligen orte zu denen du die demons bringen sollst auf deiner seekarte eingezeichnet sobald du alle die menschen ihren rechtmäßigen platz gebracht hast wird sich dir der ort an dem dein mut geprüft wird offenbaren wie du an der episode mit der bußt sehen konntest ist gerne nun jedes mal einen schritt voraus von nun an wird unsere reise wohl noch gefährlicher als bislang verlaufen ich rate dir gelegenheiten unseren zwischenstopp hier auf preludien gut zu nutzen damit du deine reise rein und gewissens wort setzen kann ich möchte aber das haben selder liebt link lg aus dem norden und heißen lg aus dem norden aus hamburg oder aus bremen grüße an norden zurück mensch ich hoffe natürlich aus hamburg hamburg wird schön was sagten die karte okay ich sehe alle drei aber wie er schon sagte ich sollte zwischenstopp gut nutzern aber ich glaube ich war an als ob du da nicht durchkommst neu neu bitte enttäuscht mich nicht okay ja auch gott ich habe das wir fahrt nicht ja nun nur noch mehr muss immer versuchen irgendwie quer zu fahren sehr gut so ich möchte natürlich erst mal auf preludien bleiben ich habe ein mest so Dankeschön wir sehen uns Gräbschor und jetzt hier pokémon oder was da hinten ist da hinten ist eine flasche die hätte ich ja ganz schon ganz gerne wir werden auf jeden fall erst im nächsten paar damit anfangen diese orte aufzuspülen die ja uns auf der karte gezeichnet hat jetzt machen wir mal im nächsten paar spiel jetzt erst mal hier link und dann auch gekrakelt alles klar Dankeschön trotzdem dass du mir ein bisschen gekrage geschickt hast oder irgendwem geschickt hast durch mir so ich möchte jetzt noch ein bisschen mit den Dorfbewohnern sprechen vielleicht sind die ja doch ein bisschen froh dass ich wieder zurück bin ich so wie meine Oma die ist total eingebildet weißt du da bist du nach Monaten wieder zurück und ihr denkt sich nur so ach das hat doch einfach die Fresse du hast oh 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 wirst du mir das nicht mal vorher sagen können roten Rubin ja das bringt mir aber nichts weil ich anscheinend nicht mehr als 500 haben kann ist halt blöd ne aber trotzdem danke bro Link Link du bist es du hast dich aber erschreckt ich dachte es sei vielleicht eines dieser Monster weißt du in letzter Zeit passieren die schrecklichsten Dinge in der Nacht dann regt man vor Angst kein Auge mehr zu und dabei brauche ich doch meinen Schlaf für die Arbeit an meinem Rasen aber bist du immer noch nicht fertig mit dem Mähen ich habe da neulich etwas gesehen bevor die Brücke kaputt ging meine ich oben bei den Quellen im Feenwald war diese große Frau die hat geleuchtet und sah aus wie eine Fee und sie ist glatt in diesem Felsen verschwunden einfach so glaub mir ich habe es mit eigenen Augen gesehen okay ich glaub dir der glaubt noch an Feen ist das ein Loser nein Spaß alright der ist echt immer noch nicht fertig mit dem Mähen Alter ich bin wie lange bin ich wie lange bin ich jetzt weg einen Monat und was passiert der Typ ist immer noch nicht fertig mit seinem Rasen also ohne Witz was kann der Typ eigentlich so mal kurz zu meinem Ausbilder obwohl war das überhaupt mein Ausbilder ist das überhaupt das Haus meines Ausbilders ja oh Link wie geht es also gut warum hast du mir die Sache mit Ariel verschwiegen es war sehr törig von dir einfach so Lust zu ziehen komm warst du weg hat sich unsere friedliche Insel in einen gefährlichen Ort verwandelt aber eines zumindest freut mich nämlich zu sehen dass es dir auf deinen Reisen Stärke dass du auf deinen Reisen Stärke geworden zu sein scheinst es muss sich wohl einiges zugetragen haben du wirkst so anders so gereift ich bin schon 18 jetzt gut lass uns gleich in die lass uns gleich die Gelegenheit für eine Übungsstunde nein ich brenne darauf zu sehen wie stark du inzwischen geworden bist dann sei gewappnet ich will doch nicht gehen ich will dir ja nicht zu nahe treten aber verglichen mit mir bist du immer noch ein absoluter Anfänger Junge na schön versuche mich mal 100 Mal zu treffen bevor ich dich 3 Mal treffe Aua 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 Meint der 100 Mal so treffen das genügt 18 Treffer halt halt die Fresse kommst du auch willst du Übungsstunden vorbei ich stehe die gerne als Partner zur Verfügung es ist mir scheiß egal ich habe keinen Bock auf dich man kann ich hier nicht irgendwie eine Bombe hinlegen naja hat er nicht verdient der Typ hat er nicht verdient so ja mehr wohnt ja auch gar nicht hier ich könnte jetzt nochmal zu meiner Oma gehen mal gucken ob die jetzt irgendwie was sagt weil ich den Fluch behoben habe aber ich glaube nicht Oma Hi sei doch nicht so aber ich stehe direkt vor dir du kannst mit mir reden meine Fresse bin ich das und das ist das Errol ich gucke das ist Errol oder oh das Foto aaa cool warum habe ich nicht so ein Foto ich habe aber eine Kamera ich könnte Selfies machen ja das könnte ich tun so Leute wir haben jetzt mal ein bisschen nochmal die Leute begrüßt in meiner Heimat und in unserer Heimat besser gesagt ist ja nicht nur meine Heimat und nächsten Bad gehen wir dann zum ersten Ort den uns der Loi die an ja markiert hat um eine Demon abzugeben oder besser gesagt an seinen rechtmäßigen Platz zu bringen und das gelingt uns hoffentlich schon im nächsten Bad mal schauen wie das wird vielleicht ist es aber auch ein Link was ist los mit dir vielleicht ist das aber auch wieder ein 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 Dungeon dann mal schauen Leute wenn es euch gefallen hat schaltet im nächsten Bad wieder ein würde mich sehr freuen und ich sage bis dahin Tschüss